also bin ich wirklich so erst einmal hier vorgeraden ja das ist es weil wir haben auch jetzt gleich kein platz moment auch gut zu wissen hier ist die spitzacke so fackeln verkraften mit smith noch mal ein bisschen mit dem platz gespart ja gut okay brauche ich eh nicht weil hey da ist eh wieder kohle so oh hoppla ähm ich muss schnell wieder zu den kisten und sachen wegbringen gut ja damit kann man zumindest schon mal arbeiten ich befürchte dass die felder viel zu wenig lang werden für die tiefe die sie haben denn es soll ja schon ein durchaus äh tiefer graben einerseits entstehen aber andererseits halt auch lang damit es sich lohnt ne das muss ja auch gut eingebunden werden singen vielleicht da muss ich mal schauen je nachdem man auch wie sich das gelände da hinten dann anbietet wenn ich weiterkomme muss ich mal gucken wie ich das mache hab auf jeden fall dann abzuwarten wie ich das ganze generell vorhabe zu designen aber naja müssen wir dann mal sehen das ist eine sehr tiefe kante die wir hier so haben deswegen ist es schwierig wird es sinnvoll einzubinden an das ganze hallo kuh ja kannst du viel muh sagen wie du willst den lebensraum nehmen wir trotzdem zerstört mit seiner kultivierten ackerfläche umgebaut aber wie wir sehen hat schon alles gegrünt das ist schon mal zu begrüßen oh da wird es schon dunkel oh man ich sehe hier schon sowas von kommen ja hallo oh hoppla jetzt habe ich die kuh geschlagen jetzt habe ich sie noch geschlagen jetzt hat sie daraus gelernt und rennt mir nicht mehr vor die schaufel das ist schon mal ganz gut gut fackeln habe ich mir gerade eben welche gemacht kann ich hier auch schön ausleuchten weil es jetzt gerade extrem düster wird hier müssen jetzt auch mal dann eine sehr schöne beleuchtungsstrategie ausdenken damit wir das problem später nicht haben wegen monstern und sowas die dann definitiv auch spawnen werden wenn die gewann ja mal dazu wenn ich im moment eher als etwas lästig einschätze weil ich zumindest teilweise keine chance gegen sie haben muss ich ganz ehrlich sagen aber naja das muss ich dann noch muss ich dann noch sehen wann ich dann den monster aktiviere um noch mal für die extra portion spiel abfack äh ich meine spaß zu sorgen spätestens sind wir in eine höhle gehen das wird so wie ich mich kenne noch dauern weil ich kann sehr lange mit steinspitz hacken und so arbeiten das einzige was die halt kosten ist ja holz eigentlich weil stein kriegst du ja sofort vor allem wenn du sowas hier machst also mit steinen keine probleme eher mit dem holz aber nachdem wir hier wald eroden müssen für den ganzen spaß ist das relativ egal erstmal davon ist ein schaf das entwollen wir lange da oben ist noch ein schaf das werden wir auch entwollen dann komm her danke schön hier kommen wir pistens dann hin Alter ich bin total verwirrt wegen meiner kennzeichnung die ich überhaupt nicht verstehe im moment aber egal das liegt passt echt sehr gut zum terraformen ich bin bisher noch nicht dazugekommen die place etwas besser zu sortieren wo war ja hier weg reißen ich kann nicht aggressiv reden auf kommando das heißt also kommando ich glaube ich kann überhaupt nicht aggressiv reden das gehört nicht zu meinen stärken ich glaube ich bin ja immer etwas einschlafender aber das ist ja wohl oh ja kann man sich ja schön zum einschlafen gegeben und ja was mich gerade etwas stört ist dass die besicht bei mir etwas laut ist aber naja es ist ja egal ich habe nämlich auch übrigens ich weiß nicht ob das jetzt sehr stark auffällt aber ich habe auch mal das mikrofon leiser gepegelt in windows das ist ganz lustig weil auf dem teamspeak hat mich niemand mehr verstanden und zwar der hintergrund weil ich immer das gefühl hatte dass ich leicht übersteuere und ich mir denke dass das damit jetzt besser werden könnte ich habe zahls im obs ungefähr die mikrofon laufstärke verdreifacht damit ich in etwa auf die gleiche lautstärke generell komme obwohl ich nur von 100 auf 70 prozent aufnahme in microsoft einstellen gegangen bin also eigentlich gar nicht so viel aber das hat anscheinend einen äußerst gravierenden unterschied gemacht und das ist auch der grund warum man jetzt das mikrofon auch sieht weil ich viel näher ran muss damit ich überhaupt gehört werde von anderen äh und deswegen sieht man das halt jetzt leider ich fand es eigentlich schöner wenn es etwas weiter weg war weil ich der meinung bin dass das mikrofon eigentlich in der kamera selber nicht viel zu suchen hat ähm aber naja dafür ist die tonqualität halt jetzt besser hoffe ich sollte sie aber nein weil ich weiß ja selber außer von übersteuern ist eines der ekelhaftesten geräusche ever neben pfeifen also pfeifen ist auch teilweise ziemlich grenzwertig von dann bei so einem einigen hätte es ist teilweise echt hart sagen jetzt mal hart an der grenze zum erträglichen aber naja da muss ich dann halt immer an ihre folgende regel halten halten nicht zu greifen das ist das wichtigste eigentlich so ähm gut das sieht ja fast schon fortschrittlich aus das hier machen aber ich bin immer noch etwas skeptisch weiß ich mir diese seitenwand hier anstellen will also bin ich wirklich noch etwas skeptisch ich habe nämlich keine ahnung was gut aussehen könnte oder das eisen das freut mich natürlich dass da eisen muss das ist ja nicht so gut aussehen kann man ja immer gebrauchen aber was man wirklich als bauchschmerzen bereitet ist da diese seitenwand weil ich da nicht weiß was ich da sinnvoll halt hingestalten soll weil den graben so in dem muster abzuflachen wäre natürlich eine möglichkeit auch steiler dass man halt den weg nach oben führt aber eigentlich würde ich da lieber ein haus hinstellen von dem ich aus das ganze dann beobachten kann quasi und wo ich halt dann auch diesen diese zweite brücke halt rein gehabt die dann auch gerne etwas weiter runter gehen kann im haus selber dass man hier wirklich teilweise wirklich in diesem hohlweg dann auch tatsächlich drinnen steht wenn man hier dann durch geht das ist ja alles noch sachen die zum glück vor mir liegen ähm weil jetzt ich hab einfach ich hab so keine ahnung wie ich das machen will also halt wirklich nicht können wir wahrscheinlich ein sehr schönes lagersystem einbauen ach moment ich glaube ich weiß jetzt wieder warum ich die seiten eigentlich drei breit machen wollte ach du schreck ich muss das sofort mit einkalkulieren sofort noch zwei gänge weitermachen da kommen ja die brückenpfeiler hin die die ganze konstruktion tragen sollen oh man das war jetzt natürlich eine großartige leistung ähm und gehen wir gleich nochmal zwei nach außen das passt dann hua da habe ich gerade nochmal äh mein konzept gerettet wenn ich in vielen sachen noch keine ahnung wie ich es mache wie der obere weg halten soll das da habe ich mir schon gedanken gemacht ich glaube sogar schon beim bauen äh und dass ich das einzige wo ich schon eine idee habe was ich machen will dass ich das fast noch kaputt mache das ist ja mal wieder typisch meine güle jetzt haben wir ein sehr schönes gras von der farbe her